Diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 15. September 2013 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich im Kreis Offenbach. Das 1990 erbaute Wohnhaus wurde 2010 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 147 qm beläuft sich die Warnmiete dieser Etagenwohnung auf 1.150 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017